Hallo und wieder mal herzlich willkommen zu Let's Play Williams Classic Pinball. Ja, da drücke ich einmal auf Start. Spielehalle betreten. Jetzt habe ich Let's Play gesagt, aber ich meinte natürlich Let's Show. Und jetzt kommt Space Humble. Ganz flott geht es gleich weiter. Ja, mit dem Flippern. Es tut mir leid, dass es in der letzten Aufnahme ein bisschen gewackelt hat. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Dann mal eine Tonlauter. Und gut. Spieler und Spielerzahl 1. Fabio und Bam. Ja, hier kann man hier nochmal. Da lasse ich mal die Sicht so. Oder ich mache dann doch lieber ganz an sich. Da muss man auf 4 drücken und auf Kreis. Aber ich mache dann immer um die Sicht näher zu machen, sag ich mal. Ja. Oh, ich schütte gern das an. Und Bam. Ah. Verdammt. Yeah. Mal 2. Boah, war das knapp. Gut. Da. Ja. Da haben wir den ersten Ball gesichert. Ja. Mal 3. Und. Und. Los. Ja,Os. Ja. Jetzt war nur 2 Welle. Aber. Muss ich da oben reinschießen. ok jetzt habe ich irgendwas getroffen ok da oben der flatterte Wild und Geschirr als Nachbohr und der Schutzschild habe ich den einmal gut genutzt da oben die Uppschwamm gewechselt jetzt muss ich mal 5 Uwa Uwa yeah und Feuer schon mal 5 oh yeah mal 6 ich darf aber bloß nicht ins Ausstieg Bam und da ja 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 mal sieben und ich hab noch fast gar nicht hochgeschossen ja jedenfalls und er findet diese sendung immer so lustig er findet die immer so lustig da lacht er sich oft kaputt bei diesen sendungen und da muss ich ihm eigentlich recht geben ja jetzt müsste eigentlich mal achterstehen aber so weit gehts ja nicht, oder? wow, da hat's wieder mal dring gemacht multi ball, nein so, und nochmal es läuft doch wie am schnürchen hier nein, oh ha, oh ha ha, oh nein boah, habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen? Ha! Und? Von sieben Minuten nehme ich auf. Ich wollte nur mal nachgucken. Oh, das war nicht so... Yeah! Man, ich muss da immer rechts treffen. Und alles wegballern, was geht. Jetzt sind sie beide da oben. Und ich achte immer nur auf die, die auch wirklich... Okay, jetzt kann ich auf beide da oben achten. Wow, jetzt hab ich auf den da oben geachtet. Aber dann kam der runter. Wow, jetzt hab ich auf den da oben geachtet und der unten. Aha! Und dann... 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 Es läuft mir gerade sowas von gut. Ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht... Oh... Yeah! Offen... Oh, das wollte ich gerade noch sagen. Offenklich wird die Folge nicht zu lang, weil ich zu gut bin. Nein! Das war schon richtig. Sag mal, das ist immer noch Google 1. Ich glaub's gar nicht. Shoot again! Ich muss wirklich aufpassen. Oh nein, die Folge ist gleich vorbei. Dann mach ich dieses Mal 15 Minuten. Es ist wirklich Shoot again. Aber wenn die Folge länger als 15 Minuten dauert, dann muss ich eine Doppelfolge machen. Dann muss ich sozusagen hier stoppen. In der nächsten Folge weitermachen. Aber dann trotzdem den nächsten Flipper machen. Versteht ihr aber auch, was ich meine? Und wenn es dann irgendwann mal ausgleicht, kann ich auch die Aufnahme und die komplette Session mal stoppen. Ich laber hier nur Müll. Und im Moment schieße ich auch nur Müll. Naja, ein bisschen. Ah, doch. Mach euch gut. Okay. Oh, egal. Da hab ich da wieder getroffen. Ah, immer wenn ich da reinschieße, geht da unten dieses Teil hoch. Und ich kann, wenn da Kugeln gerade drin sind, den Ultiball kriegen. Und den Dopp da oben rum. Bäm. Oh. Oh. Ja, ich überziehe heute. 1,8. Oh, war das knapp. Es ist immer noch Kugel 1. Ich komm zu glauben, ey. Und jetzt hab ich endlich mal rechts gespeichert. Jetzt muss ich links treffen und dann Multiball. Dann hab ich 3 Kugeln. Und Feuer. Nein, ich wollte noch treffen. Wenn ich jetzt Multiball treffe, dann hab ich... Oh. Ja. Ich muss Multiball treffen. Aber auf jeden Fall. Bitte, bitte los. Ich muss Multiball treffen. Ich muss Multiball treffen. Ich glaub da nicht so lange rum. Ich will Multiball treffen. Multiball dann. Ja. Drei Kugeln. Oh. Oh. Jetzt hatte ich einmal drei Kugeln. Und ich war nicht dran schuld, dass die Kugeln es aus. Sie ist sofort... Dieser Flipper will mich veräppeln, oder? Ja. Er will mich veräppeln. Ich hab immer noch Shoot again. Es ist immer noch die Kugel 1. Seht ihr links immer noch Kugel 1? Ah. Ich glaub auch wenn ich überziehe, wird die Folge nicht reichen. Ich will einfach zu gut finden. Uah. 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 Ha. Ich wollte links treffen, hab aber dann weggeschossen. Oh. Das war nicht zu fern. Ach du Scheiße. Es ist immer noch Kugel 1. Ich glaub da stimmt irgendwas nicht mit dem Flipper. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ist der etwa kaputt? Ob es der kaputt ist oder wie? Oder ich will einfach mal zu gut. Na ja, wenn er kaputt ist und ich hab trotzdem diese geile, geile Punktzahl, hab ich's ja auf Video. Oh. 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 Das ist doch Schulte gar nicht. Das... Ich glaub's nicht. Das ist ja... Äh. Ähm. Ah. Multiball. Ich muss wirklich mal auf die Uhr gucken. 13 Minuten. Allen Mann. Geräusche. Nicht zu viel. Es geht sie durch dich. Oh. Gesicht mir empfücke. Da wurde ich gerade wirklich gerettet. Ben! Nein! Naja, bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, weil wenn ich da gerade wirklich so gut bin, weil es ist immer noch Kugel 1, werde ich vielleicht eine Special-Folge machen mit dem Space Shuttle. Oder Folge 3, Part 2. Naja, bis dann, Leute. Ciao!